herzlich willkommen zurück zu der netzplay faktorio weiterhin in meiner möglichkeit labor dann gucken wir uns den ganzen klackerdüze hier einfach mal an also nur zu eurer info das ist jetzt schon mal eine maschine mehr weiß es nicht berauschend aber ist halt so geschwindigkeit so einfach wir brauchen geben das gleiche wie wäre es das muss so ich sag jetzt nichts dazu wir machen die runden in der mitte und die gelben außen gelb rauslegen förderband so und das schmeißen wir dann jetzt auch erstmal an dass ich gleich wieder eine produktion habe ja ohne materialien geht gar nichts so und ob ich das irgendwie so hinkriege wie ich mir das vorstelle was da hin wie lege ich es denn nach oben ich muss hier ran genau da das wäre perfekt dann kann ich weiterhin den teiler hier lassen so wie er ist und dann funktioniert es auch also bauen wir uns erstmal einen weg nach unten ähm ähm so so ok Das ist dann nach unten. Na, geht doch nicht mal aufs Förderband, du. Alter, Schlingel, du. Mhm. So. Und dann. Machen wir doch hier so weiter. So. Ja, leider nicht, ne? Wäre ja auch zu schön gewesen. Ähm. Ja, ich brauche Eisenplatten. Eisen, Mutti. Guck mal, da. Da, 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 da. Dumm. Da geht. Da. Und die Scheiße läuft jetzt. Ähm. Ja, ich habe 26 Stück bei mir. Ähm. Bam, 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 bam. Wo ist das letzte Glied in der Reihe? Bitteschön. Dann kann er da schon mal was herstellen. Gut. Äh, zwei, vier, fünf, sechs. Ich brauche sechs gelbe. Na, ich brauche hier so eine Geschwindigkeitsunternehmen. Das ist natürlich. Zweier. Und dann. Ja. Wechsel. Boom. Okay. Brechen wir ab. Ich brauche grüne Mikrochips. Danke. Danke. Grüne Mikrochips. Was brauche ich noch? Und Kupferbänder. Haben wir auch irgendwo. Danke. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dankeschön. So. Rauflegen. Dann geben wir den hier ein mehr. Mit dem Gedöns hier. Rattern, ich hab Lusten. Haben wir noch welche? Nein. Ja, welche her? Danke. Rein, rein. Hier auch rein. Da rein, da rein. Und Gelb. Und Gelb. So. Ähm, nein. Oh. Kommt nicht hinterher, ne? Aber gut. So ist es halt. Ähm. Ein bisschen Strom verlegen. So. So. Viel Spaß. So. Wenn das dann nicht mehr reicht an Materialien, dann weiß ich es so langsam auch nicht mehr. Ja, hier oben wird produziert jetzt, bis der Arzt kommt. Äh. Ja. Da bin ich gespannt, ob sie dagegen ankommen. Ich denke nicht, dass sie dagegen ankommen werden. Äh. Der springende Punkt ist einfach, dass, äh. Mir das grad scheißegal ist. Weil ich teile es nicht. Und ihre Achte, zwölfe, sechzehn. Zwanzig Maschinen kommen nicht gegen sechs an. Und die produzieren auch noch schneller. Ja. Also es gehen auf jeden Fall schon welche durch. Ich hoffe, dass gleich die Reihe hier voll ist, weil dann geht alles zu den gelben. Und dann ist das Problem eigentlich schon beseitigt. Also das geht dann rocke die Zug. Ich denke auch, dass die Geschwindigkeitsmodule volllaufen werden. Und das war's dann mit rot, ne? Einfach mal grad rot ausgelöscht. Ähm. Vielleicht sollte ich mir nebenbei irgendwo welche Klauen gehen, bis sich das ein bisschen einpendelt. Eigentlich nicht. Weil eigentlich müssten diese hier nur mal ein bisschen mehr Gas machen. hier geht noch eine hin. Da geht keiner hin. Schade. Ach, Quatschen. Noch rein. Oh. Naja, konnte sie ja nicht hier schon. Deswegen ist es ja egal. Sag. Hm. Okay. Ah. Kommt halt schon viel an, ne? Die Reihe ist jetzt voll. Hier unten sollte sich das dann gleich auch so langsam füllen. Ich gehe jetzt erstmal auf Diebstahlkurs. So. Weil, ja, voll. Deswegen gehen wir mal ein bisschen auf Kurs und holen uns ein paar Materialien. und füllen und füllen und füllen unten auf. So einfach. Das sind schon ein paar, die ich damit füllen kann. und füllen. Äh. Äh. zwei, drei. Das hat noch nicht gereicht, aber macht ja nichts. So. Die legen jetzt auch noch drauf. Ähm. Ja, hier oben ist wirklich hardcore, ne? Ähm. Ja, ne, weg mich. Ich will dann auch nochmal Geschwindigkeit zum Dodo holen. Dann muss ich hier oben nochmal so ein Viererkomplex mir besorgen. Was wichtig ist, dass eigentlich nur das Band voll wird. Man kann sich alles wieder erholen und dann ist eigentlich alles, äh, easy peasy, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, das ist so wie hier. Hier ist so viel über. So. Ja, das war... Vielleicht schlau. Hm. Keine Kiste, die irgendwie mal wieder ansatzweise ein bisschen näher ist? Gar nicht. Überhaupt nicht. Okay, wir hatten ja mal dieses Problem, dass das zu wenig waren. Aber anscheinend ist das Problem wirklich gelöst. Das ist technisch nicht möglich gewesen. Ähm. Ja, ist aber halt gerade so. Wie mache ich das? Gehe ich wirklich bei... Ja gut, ich könnte jetzt auch hier überall ein Geschwindigkeitsmodul reinsetzen. Dann hätte ich genau die Geschwindigkeit, die eine gelbe Maschine macht. Aber, ähm... Ich denke, ich werde sonst extreme Grünprobleme bekommen. Und deswegen werde ich es jetzt erst mal einfach laufen lassen. Soll ja immer zu diesen abrupten, äh, Maßnahmen geführt werden dann. Also, wenn die dann wirklich sind, dass dann auch wirklich gegengekontert werden kann. Wieder 34%. Und 1700 nur noch. Hier oben fängt schon wieder an, dass es voll läuft. Na gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh... Dankeschön. So, haben wir das Problem dann auch nochmal ganz kurz hier beseitigt. Äh... Ich muss rot irgendwie mehr kriegen. Aber wie soll ich das hier machen, Leute? Ist das hier eigentlich viel weniger? Okay. Ist halt einfach so. Warum, weiß ich nicht. Aber es... Es funktioniert okay. Fertig. Arschlecken. So, aber hier... Reicht es nicht. Und ich komme auch nicht voran. Okay, ich habe einen Plan. Wir nehmen die obere Reihe. Ich habe hier überall wieder Plätze zwischengelassen. Wenn ich die ganz dicht aneinandersetze, kriege ich auf jeden Fall einiges mehr hin. Deswegen bauen wir mal ein paar nach. Den nehmen wir mal weg. Äh... Dann nehmen wir uns... Drum... Da oben. Zack. Lassen wir den da hin. Genau der gleiche Effekt wie vorher. Dann fangen wir erstmal an. Glory. Ja. ời sitting... Ja. Das kleidet wunderbar. Ich habe sie nicht mercyelassen. Wir legen uns doch ein bisschen mehr hin. das passt ja nicht auch nicht schlecht dann was ich gerade überlegen rot für raus auf jeden fall ja dann rot rein richtig richtig grün so und dann benötigen wir alles blaue er ist auch nicht das ding rein und hier auch ein sollte es gewesen sein oder ich denke ja wir hatten letztes mal ein da mehr das ist jetzt 24 68 10 24 68 10 12 zwei maschinen mehr in meinung so ich bin sauber es alle maschinen laufen laut meiner ansicht ich sage auch wieder vielen dank für das einschalten bis morgen tschüss